verunsicherten bielefelder noch ein stück weiter in richtung abstiegskampf schicken bielefeld in rot der fcs in blau und schwarz von rechts nach links und wieder der ballgewinn obos und schellamt erstmal über rechts im moski kommt über die linke seite da ist schimpf los geht nicht im abseits schimpf los geht gute parade und nachschuss corpus was war das vorher einer arminia 1 fcs auch interessant ab jetzt macht direkt kärsken stark von naifi immer noch amin naifi die michele sanchez gute flacke kärsken stabilisierten eindruck nach dem vergangenen heimspiel gegen unter achingen der fcs kann noch nicht so ganz das tempo aufnehmen aus den vergangenen beiden spielen der englischen woche deutschlands so und er bringt auch informationen mit rabic und naifi also runter juli auf und die torgefährlichkeit erhöhen wir um 100 prozent und dann haben wir uns alle gefreut hier dabei gewesen zu sein saarbrücken gegen bielefeld diese relegations duelle im juni 85 zweitliga dritte fcs schauen auf brenker kärsken höre ich doch auch wieder und kärsken der nachfasst jankadi jankadi steckt ihn durch schimpf los geht um schaltspiel schimpf los geht winzheimer schimpf los geht läuft ein kein abseits niklas schimpf los geht fast der doppelpack ist er lang ist er lang stehle 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 trifft ins herz der arminia ein wurf des eingewechselnd bjada und dann bekommen sie den ball nicht weg verteidigt und dann ist dieses spiel zu ende alle spiele live nur bei magenta sport und dann ist es